Auf dem Test-Server sind die neuen Patch-Notes 1.126 erschienen. Ich würde sagen, wir gehen direkt rein. Eine kleine Änderung, ja, als das, was wir von den sonstigen Patch-Notes oder Updates gewöhnt sind. Dieses Update findet nicht am morgigen Tag statt, sondern am 8.10. zwischen 9 und 11 Uhr sind hier die Wartungsarbeiten. Das heißt, am Sonntag findet das Update hier auf dem Test-Server statt. Ich bin mal gespannt, wann das Ganze auf den globalen Servern stattfinden wird, ob das auch ein bisschen verzögert ist oder ob die Patch-Notes dort am Montag kommen und das dazugehörige Update dann am Dienstag, werden wir dann natürlich erst wissen, sobald wir die Patch-Notes bei uns am Montag auf den globalen Servern bekommen werden. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zum ersten Punkt. Eine Sache, die habt ihr wahrscheinlich alle schon im Titel gelesen. Wir bekommen einen neuen dimensionalen Helden und es ist nicht einfach irgendein dimensionaler Held. Es ist schon ein, ja, stabiler Name, würde ich mal sagen. Und zwar Robin Hood wird wahrscheinlich schon mal jeder, denke ich mal, von euch gehört haben, falls ihr die Filme oder sowas davon nicht gesehen habt, von dem Namen Robin Hood, denke ich mal, hat man auf jeden Fall schon gehört. Man kann ihn testspielen oder zum halben Preis hier auf dem Test-Server ab dem 9.10. dann ja eben kaufen oder testspielen, wie auch immer. Dann, wir kennen es natürlich auch von allen anderen dimensionalen Helden, es wird ein Event hinzugefügt. Das startet auch ab dem 9.10. hier auf dem Test-Server, wo man den neuen dimensionalen Helden dann eben wieder mit Labyrinth-Münzen, Helden-Münzen, Arena-Münzen und so weiter tauschen kann. Das kennen wir ja schon, dieses Event. Dann wird es natürlich auch wieder die Gilden und die ertragreichen Prüfungen für Robin Hood geben. Dann machen wir weiter mit den nächsten Änderungen. Wir werden eine neue Bestie erhalten, Radish Rotunda. Keine Ahnung, was es sein soll. Werden wir uns dann natürlich auch am Sonntag anschauen. Dann wird es natürlich dementsprechend auch wieder ein neues Abenteuer bei den Fantastischen Bestien geben, was wir dann, ja, spielen können, sobald wir Stage 1440 abgeschlossen haben. Dann geht es rein in die nächste Runde der Abgrund-Expedition. Es wird eine Beta-Season werden. Dort hat sich auf jeden Fall einiges verändert. Ich denke mal, auf jeden einzelnen Punkt brauchen wir jetzt nicht eingehen. Ihr seht es ja eingeblendet. Könnt ihr euch ja selber gerne durchlesen, falls ihr euch da jetzt für interessiert. Dann machen wir weiter mit den nächsten Punkten. Und zwar wurde im Nightmare-Korridor der Boss The Fire Demon replaced mit The Mirror Demon. Dann bekommen wir eine neue Reise der Wunder. Die wird hier auf dem Test-Server dann am 10.10. stattfinden. Da wird es dann natürlich auch wieder ein extra Video zu geben, sobald das Ganze bei uns auf den globalen Servern starten wird. Es wird auch noch einen neuen Wandernden Ballon geben. Der startet in dem Fall am 14.10. Sobald er bei uns am Start ist, auf den globalen Servern wird es auch ein extra Video zu geben. Kann man dann freischalten, wenn man Kapitel 39.10 erreicht hat und 60% von dem Wandernden Ballon davor. Bei Punkt Nummer 7, das verstehe ich nicht so ganz, es wurde eine Formations-Batch-Entfernen-Funktion hinzugefügt. Keine Ahnung, vielleicht können wir uns das dann ja auch am Sonntag nochmal anschauen. Und bei Punkt Nummer 8 wurde eine neue Regel, sage ich mal, hinzugefügt, die den Einsatz von Söldnern bestimmt. Und zwar, Abenteurer können wählen, ob sie Söldner einsetzen, wenn sie eine empfohlene Formation verwenden. Also da bin ich auf jeden Fall auch mal gespannt, wie das umgesetzt wird. Und ansonsten gibt es wie immer ein paar kleine Hero-Anpassungen bzw. Bugfixes. Einmal bei Isabella und Orthrus, aber ihr seht, fixed und fixed. Also an den Stats oder sonstiges ändert sich dann nichts. Das soll es in dem Fall dann gewesen sein. Zu den Patch Notes 1.126. Ich bin mega gespannt. Vor allem Robin Hood, ja, ein großer Name. Ich bin gespannt, wie der im Endeffekt im Game aussehen wird. Freue ich mich auf jeden Fall mega drauf auf Sonntag. Wir sehen uns am Sonntag vielleicht auch schon vorher zu irgendeinem anderen Video. Macht es bis dorthin auf jeden Fall gut, Leute. Und ciao.